Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zur Neon Pets Woche. Freunde, ich lege auch direkt los. Heute dreht es sich um den Sasquatch. Und ich muss sagen, der Sasquatch ist einer meiner Lieblingsziele von dem Mystic X. Und ich bin gespannt, wie der aussieht. Oh, hier ist der Fulgron. Ich bin so gespannt, wie der aussieht. Und wie sieht der aus? Yay! Oh, der Sasquatch ist richtig cool. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht eine andere Farbe wäre. Weil dieses Rot oder dieses Orange finde ich nicht so cool zum Sasquatch. Aber es ist okay. Es ist okay. An dieser Stelle liebe Grüße an Donnie, weil ich finde, der sieht aus ein bisschen wie Donnie. Natürlich nur liebe Grüße an dich, Donnie. Freunde, ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Pet.